Ob ihr mit Sains Row durch seid? Das ist ein Spiel, das ich nicht verstehe. Ja, ja, Sains Row sind wir durch. Ist auch schon komplett auf dem Channel veröffentlicht. Milky316 auf YouTube ist Killer Noob Sains Row komplett abgedingst. Mit Endscreen, einem guten Ende und allem mit Mund dran. Ich wollte es danach alleine noch ein bisschen im Stream weiterspielen, so die Sachen, die ich noch nicht gemacht habe, so Nebenmissionen. Aber das Ding ist so verbuggt. Das ist so übel. Also es ist echt ein... Oh, was haben wir da? Ach, ich mache immer das Falsche. Ah, da sind sie. Ist ganz schön hell. Ja. Da sind zwei böse. Vorsicht. Ja, ich weiß. Sprengfall. Achso, das weiß ich nicht. Weiß nicht. Klang jedenfalls so. Also ich habe hier zwei böse Jungs. Ich stehe schon wieder mitten in so einem Ego. Komm. Ah, der nimmt nicht alle. Ach gut, das warst du. Ich glaube, die haben wir ja. Belobigungen freigeschaltet. Ich habe eine Belobigung freigeschaltet. Das war mal was Schönes. Der Bescheid ist für die Leid. Ah jo. Das ist Armour-Eppes. Ja. Na ja, also irgendwie hat das bei mir... Also ich habe es irgendwann dann abgebrochen, die Sachen noch nachzuspielen, weil es eigentlich gut gefällt. Weil es einfach, oh, dauernd irgendwo hängen geblieben ist. Und vor allen Dingen diese eine Mission mit der Zielperson, die kam bei mir nie. Wie? Egal wie. Ist das was Neues? Ne, das ist immer noch das Gleiche, oder? Ne, das ist... Ah, das ist ziemlich nice. Da vorne sind aber noch Gegner. Ich gucke mir das nur gerade an. Teil 4 entsperrt. Teil 4. So. Da oben. Ne, vor uns. Achso, ja, ich... Äh, Entschuldigung, ja. Mal schauen. Äh, vor uns. Das heißt, äh... Da, okay. Was mit denen da oben ist, keine Ahnung. Gut. Ich glaube, hier stehe ich da ganz gut für. Die sind hier ganz, glaube ich, verschwindlich gewachsen. Das ist richtig so. Nö, mein Geschütz hat nicht einmal geschossen. Ja, so, jetzt geht man hier weiter hoch. Kommst du zu mir? Da waren wir eben schon. Achso, das ist das. Ja. Ja, die sind... ...da. Ja, hier ist... Die sind genau... ...hier. Aber war gut, komm mit denen nicht raus. Jetzt kann man aufmachen. Man kann jetzt aufmachen. Man kann jetzt aufmachen. Die Tür ist jetzt öffnbar. 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 Die ist offenbar, öffnbar. Äh. Äh, die... Ja, die ist... Äh, die ist öffnbar, öffnbar. Okay, ich komm dann mal. Vielleicht, weil ich eben so... ...auf die geschossen hab. Ich weiß es nicht. Aber dahinter sind direkt Leute. Das ist nicht lustig. Ich glaube, dann nehmen wir die andere Woche. Warte, warte, warte. Ja, ich warte. Warte, warte, warte. Warte. Die Tür ist auch wieder komplett heil. Ist sie? Ich hab sie... Okay. Faye, hier ist Tether. Okay, wo sind sie? Ach, zwei Dank. Ich hab mir solche Sorgen gemacht. Wo bist du? Bist du in Sicherheit? Wo sind sie denn? Was haben sie denn? Ich... Äh... Ich hab das Funkgerät im Apartment vergessen. Aber mir geht's gut. Ich weiß es nicht. Ich kann natürlich die Klappe machen. Taktik-Kurie. Grün. Oh, komm. Du musstest was? Nein, nicht egal. Hör mir zu, Heather. Ich schicke dir eine Eskorte, die dich in Richtung herbringt. Bleib genau, wo du bist. Warte, Faye, kannst du... Nee. Bis oben, bis oben, oder? Ja. Hoch, ja. Okay. Oh, ja. Hier ist sie. Ich hab sie gefunden. Das ist sogar nix. Weil sie ist nicht allein. Meine Güte, Sie wollen aber schnell. Kann ich jetzt raus hier? Gleich. Und was Sie angeht, Agent. Das bedeutet mir viel. Aber da waren doch Leute. Unglaublich viel. Ich schicke eine JTF-Patrouille vorbei. Ja, wahrscheinlich schätzt es, wenn wir raus. Ich schulde Ihnen einen Gefallen. Ja. Einen großen. Ich kann Ihnen nicht genug tanken. Ich melde mich. Lau, Ende. Okay, das war toll. Jetzt verstehe ich das aber endlich. So. Oh, Lau. Guck mal, hier ist noch... Oh, achso, nee. Das ist bei mir irgendwie alles voll. Schrank. Auch voll. Ich will Klavier spielen. Ich kann mich aber nur hinter das Klavier drucken. Okay. Abgeschossen. Vielleicht ist noch irgendeine andere Öffnbar. Ja, also, ich weiß es ja auch nicht, ne? Genau. Komm, lass uns in die Öffnbar gehen. Ja, also, hier... Ja. Ziemlich viel Rot hier. Ziemlich viel Rot. Und ich weiß nicht, wieso. Aber hier kommt man auch nicht, oder? Kommt man hier runter? Ich glaub, die Finger stehen da, damit man nicht runter kann. Ah, hier unten. Wo wir hoch sind, da ist das. Oh, 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 oh. Nicht, nicht da raus, kommt nicht da raus. Ja, ich komm jetzt aber nicht mehr rein. Alter, jetzt hauen die mich komplett weg. Und jetzt? Kann man nicht schießen, da. Natürlich nicht. Du hast ja gesagt, das passiert, wenn man rausgeht. War eine gute Prognose. Und? Ja, scheiße. Oh, geschützt, regelt. Bisschen. Alter. Muss hier runter. Ich glaub, das war's. Hm. Nein, das war's noch nicht. Oder ist noch was? Oder? Warum müssen wir in der Kälte warten und du darfst als erster ran? Hä? So ist das. Ist das kalt? Ne, das haben wir schon eigentlich nicht. Man muss es einsammeln. Ich hab's eingesammelt. Ach so, hab ich schon. Ja. So, aber warum heile ich nicht, obwohl niemand mehr da ist? Das ist sehr, sehr... Das ist sehr, sehr... Komm mal hier hin. Ah, Moment. Komm zu mir. Ne, 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 ne. Oh. Immer noch nicht. Ah, jetzt. Jetzt. Was war das? Öffnbare Tür. Echt Tür? Ah, die geht ja offenbar auf. Oh, da ist es bei Drohnen. Oh, 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 oh. Äh, ja, gut, das soll jetzt jetzt... Oh, ich glaub, diese Waffe ist auch nicht so schlecht. Hahaha. Alles klar. Jetzt, äh, lieber Pilenius, jetzt weiß ich, was du meinst. Na, vielleicht ist das mit dem schnellen Schießen doch nicht so schlecht. Na, das weiß ich. Schlag die Flinderei in die Flucht! Denn... Wie viele sind das? Wie viele sind es denn? Ja, genau. Wie viele sind es denn? Das sind viele. Ist das viele? Geht zu Ende. Vor allem ist da ganz viel Nebel dabei. Mhm. Oh. Wie er einfach mitten auf der Straße steht. Ja, ist, ähm, ich hab das ein bisschen falsch eingeschätzt, aber... Ja, ich hab den erst mal nicht gesehen, ne? Aber es war ganz gut, weil ich hab mir auch... Ohne Sie, wäre das ganz anders ausgehört. Verlebnisratgeber. Ey, guck mal, das wär... Weißt du, dass das ohne uns, ne? Ganz anders ausgehört wäre. Aber hallo. Mhm. Also, nochmal zu Sand Road 4. Ich fand das Spiel richtig geil, es hat echt Spaß gemacht, nur mich haben... Also, ich bin da regelmäßig in Bugs gelaufen. Das liegt aber vielleicht auch in der inkonventionellen Art, dass der Sören so sehr vorgeprägt ist und alles schon erledigt hatte und deswegen so die Koop-Sachen nicht mehr gingen. Aber dann auch später als Single nicht. Keine Ahnung. Garmin-Distrikt, Stufe 5 bis 9, das ist unsere. Wir holen uns jetzt ein neues Safe-Haus. Ah ja, dann machen wir das. Und somit auch neue Missionen. Wow. Ja, ja. Oh, oh. Was denn? Da vorne ist rot. Ah, da ist schon wieder eine Agentenspur. Hat die Kille für mich mit, okay. Die gecrasht. Bin wir safe? Oh. Ja. Oh, ich mach die Bock grad dann alleine, oder? Zehn. Nein, machen wir nicht. Es sind nur kleine Zehner, aber es sind Zehner. Ich warte. Ja, und sonst so? Ach du, ganz schön. Ich knie hier grad hinter einem Truck. Also vor einem Truck. Also wenn der jetzt losfährt, bin ich auch tot. Aber der fährt nicht los. Das sind so zwei, drei Sachen, wo man sich hier echt drauf verlassen kann. Die Zehn will ich noch. Mein Akku ist auch gleich leer. Von? Dampf. Ach so. Ja, ich hab zwei da stehen. Ich hab immer zwei da stehen. Ich hab drei. Ich hab vier. Sieben. Nein. Immer zweimal mehr wie du. Selber. Ich hab sie nur nicht am Mann. Ja, am Mann bestimmt, aber nicht an der Frau. Am Mann sind, glaube ich, mehr als sieben. Ja, ja. Ah, mit dem Mann muss ich auch noch mal reden. Fällt mir gerade auf. Der hat mir so tolle Grafiken und so gemacht für den Bundle-Test. Und wolltest du mir unbedingt mal schicken, damit ich sie einbauen kann. Aber ich hab sie, ey. Was denn? Bist du vorgerannt? Ähm, ja, 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 ich bin ja gerade erst reingekommen und dann dachte ich so, ich renne mal los. Und dann bin ich losgerannt. Bist du tot? Nee. Du hast sie getötet. Du hast sie getötet. Ja, das waren einfach zwei so Streuner hier. Was war das für ein Magazin? Ich glaube, das war was Gutes gerade, oder? Erweitertes Magazin? Ja, hallo. Hey, wie bei PUBG? Geil. Safehouse. Safehouse. Warte. Keine Bedrohung gefunden. Das kann nicht sein. Hallo, Hund. Achso, Resident Evil 2, das Remake. Kennst du das Original? Das alte? Oder? Ich? Ja, du hast doch gesagt, du hast Resident Evil 2 gekauft und gespielt. Ich kenne das. Ja, ja, ich kenne das, aber das... Was denn? Dass ich das gespielt habe. Original. Was ist... Da war jetzt... Irgendwie hat was gefehlt. Da war der Satz nicht. Also hast du es damals gespielt, oder? Ja. Und ist das neue... Das gleiche, oder besser? Ich kann mich nicht dran erinnern. Ich weiß gar nichts mehr. Achso, okay. Das kam... Dieses... Ich weiß nicht... Kam nicht an. Super. So. Ich gucke mal ganz schnell, was ich hier noch habe. Der will mir ja immer hier was Besseres verkaufen. Aber die ist das nicht. Ich weiß nicht, warum ich mich an Resident Evil... Resident Evil 1 konnte ich mich ziemlich gut erinnern. Wobei ich bei dem Remake gedacht habe, sah er doch schon immer so aus. Und dann hast du dir das Original angewunden. Dann hast du gesehen... Nein, 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 nein. Oh ja. Oh, besser. Noch besser. Ne, du bist besser. Hä? Ne. Na, immerhin. Ich habe einen besseren Pistolenholster. Und... Oh, bessere Handschuhe. Hä? Hä? Und, äh, was ist das? Schnellwechselmagazin. Schickbehälter. Meins. Schnellwechselmagazin. Ah, schnell. Egal. So, dann nehme ich, dann nehme ich dann doch mal die hier. Die ACR habe ich jetzt gerade und bin damit sehr zufrieden. Mach da mal gucken, was man da an Mod machen kann. Unterlauf... Mündung, Groß, was? Magazin. Erweitertes Magazin oder Schnellwechsel? Ich würde sagen... Die sterben nicht so oft. Sieht nur so aus. Die beste Ausrüstung für die Straße, nur hier. Für Sie. Gut. Okay. Oder? Nee. So. Okay. Guck mal, jetzt gucken wir mal, was es dafür noch gibt. Schnellwechselmagazin. Der Ender Pointer. Ah, hier. Zieloptik. Ach, das geht doch besser. Äh, VX1. Äh, dann habe ich einmal schon. Gut. Dann kann ich das aber dem anderen auch mal machen. F. Optik leer. Ja. Nein. Ja, ja. Genau. Was haben wir da noch? Outfit brauche ich nicht. Aber in das Magazin habe ich schon. Unterlauf leer. Was können wir da machen? Kleiner Laserpointer. Der ist aber schon, oder? Nein. Wo ist das Schall? Der muss... Okay. So. Und was ist das hier? Ich sehe und schaue ich. Der hat nichts anderes. Gut. Ja, dann kann ich ein bisschen was verkaufen. Oder sollen wir los? Nee, nee, machen wir. Und was gefällt Ihnen hier? Nichts. So. Aha. Nein, verkaufen. Hallo? Ja. Nee, wir sterben nicht so oft. So, dann, was wollen wir machen? Äh, ja, jetzt gucken wir mal, was es hier so gibt, ne? Ist ja alles neu jetzt. Ganz neu, ja, gut. Das ist schön. Ja, das sieht gut aus. Schon wieder so'n Scheiß. Ja, wir stellen es für die nächste Ladung her. Wir müssen jetzt reichlich Vorrat haben. Oh. Äh, ja, Kampf. Ach, das ist aber jetzt 9 bis 12. Gegnerstufe 9. Kampf. Sollen wir das nach vorne einfach mal machen? Ja, ja. Kampf? Machen wir. Machen wir. Machen wir. Jawohl. So, okay. Und raus. Geiselrettung. Warnung. Warnung. Oh, äh, Vorsicht, das ist sehr nah. Mhm. Bisher ist noch keine Bedrohung gefunden. Ich renne, dialoge hinterher. Oh, um die Ecke. Um die Ecke. Ich sage, es ist hier um die Ecke. Ja, ja, um die Ecke. Entschuldigung. Nicht schlimm. Hipsa. Ja, hier sind sie, die Buddies. Ja. Äh, geschützt? Eine. Eine Bedrohung. Ich habe nur eine. Nein, ich sehe drei. Ah ja, ich sehe jetzt auch drei. Wir haben uns jetzt auch gesehen. Da müssen wir jetzt loslegen. Höchste JTS Priorität. Green-Anzeiten für die Lüften im Revier von 20 to West gefangen. Alle verfügbaren Einheiten ausrücken. Sofort. Ey, lass mein Geschütz in Ru... Wo denn? Da, ich sehe es. Ey, hör mal auf. Ey, du auch mal dein Geschütz hin. Ja, Moment. Ich muss gerade mal in eine andere Decke. Äh. Hey, geht doch in Bedenkungen gut raus. Oh, oh, oh. Jawohl, ja. Fahr. Ciao. Juhu. Brauche ich noch Schlüssel absuchen? Mach ich gerne. Oh, guck mal. Was denn? Ich dachte... Nee, ist egal. Ich dachte, es wäre was anderes passiert. Egal. Ich habe mich vertan. Ach, nix. MP7. Ich dachte, es werden krasse Sachen passiert, aber es sind keine krassen Sachen passiert. Okay. Was war das? Was war das? Das war ein Geschütz. Ach so, wo ist denn hier dieses... Da, das ist ne... Moment, 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 Moment. Echo ist auch noch, oder? Ja, ich sammle das gerade nur ein. Okay. Muss ich mitkommen, oder? Gib her. Gib der Echo. Was ist denn hier? Nein, das ist kein Echo. Das ist das andere. Geiselrettung. Dahin. Nein, dahin. Da ist eine öffnbare Tür. Uh, hier müssen wir rein. Hier. Nein, 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 hier. Komm hier. Warst du sicher? Immer in der Norderei. Ei, laut ist es doch, das, wo ich hinwolle. Geht's schön runter in die Tiefgarage. Runter in die Garage. Aber das, wo uns da führt, das geht da offen, durch die öffnbare Tür. Ich will jetzt die Geisel retten. Endlich. Achso, das ist eine. Da ist eine Bedrohung. Vier von fünf. Achso. Vier von fünf. Und wir müssen da lang. Okay. Hier ist sie. Oder? Wo ist die Geisel? Lore ist irgendwo die Geisel. Lore muss sie sind. Komm mal, hier ist ein Zeug. Zeug, Zeug. Öffnen. Öffnen. Hey, tolles Zeug. Noch mehr Zeug. Zeug. Oh, eine Fünftner. Gut, ich habe meine neue Lieblingspistole. Aber wir müssen tatsächlich durch die öffnbare Tür. Wir sind hier ohnehin falsch. Oder? Hallo? Hier ist noch was. Ja, ich sehe es. Wo bist du? Im Klo. Im Klo. Ah. Wo denn? Ich finde gerade da. Hier. Wo war was? Da, komm mal mit. Hier hinten. Hier im Klo. Da ist sie. Da war ich. Das habe ich schon. Das ist voll bei mir. Ich weiß nicht, was es war, aber ich brauche davon nichts mehr. Oh. 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 So, wir müssen tatsächlich wieder raus hier. den Bereich nach Schlüssel absetzen. Ja. Aber der Bereich, da ist die eine Bedrohung. Also es ist eine Sprengfalle. Okay. Der Bereich, ich habe den ja schon gefunden. Aber du hast mich ja nicht gelassen. Ich durfte ja nicht. Frage mir. Frage mir. Weil nie angezeigt. Äh, fuck, jetzt habe ich es vergessen. Welche Mission gerade. Also wenn du was markierst, ich sehe das nicht. Äh, da ist die öffnbare Tür. Genau. Oh, oh. Ja, Schlüssel. Schlüssel, Schlüssel. Ah, geile Schlüssel. Ja, hier. Schlüssel. Da. Da. Wie ist das? Alles nehmen. Nimm alles. Ziel erfüllt. Das müssen wir die, die Gäse befreien. Geisel retten. Ja. Ja. Ha. Das wäre schnell ungemütlich geworden. Danke. Bedürftiger Zivilist. Unterhalt. Wenn ich hier sterbe, sind Sie schuldig möglich hier weg. Was? Ich wollte dir doch was geben, was... Ja, das machen wir. Gebe ich nicht auf. Oh, oh, Vorsicht. Irgendwas schießt auf uns. Da vorne. Da um die Ecke. Um die Ecke. Sollen wir was holen? Hau ab, den du durch die Gäse bist, sonst wirst du mich. Wenn ich... Ach, halt die. Oh, ne, da kommt man gar nicht rüber. Oh nein. Ach, halt die. Hey, warum... Oh, hello. Ah, hier sind die Buddies. Oh, what the fuck? Oh, what the fuck? Warum macht man das? Ja, windsurf... Was ist denn das? Oh, das ist die gleiche Idee wie ich. Kann das sein? Mhm. Oh. Die hatten eine gute Idee dagegen. Aber nicht so gut, wie sie gerne gehabt hätten. Alle tun? Hm? Ah, AK-47. Klassik. Alle tot? Ja, sieht gut aus. Oh, scheiß drauf, sag ich doch. Da war noch irgendwas, oder? Ah, ne, ist ja nur so aus. Ah, only... Ah, eine Ratte. Oh, ich hab eine Ratte gefunden. Magst du auch eine? Was? Nichts nix. Denken sie immer daran. Ach so, Mission, Mission. Ja. Waffenteile... Waffenteile... Mache wahr. Nee, denn hier sind jetzt noch viele. Ui. Amts. Hep. Oh, warte. Ja, ich komm mit, ja. Ich komm sofort mit, wenn ich diese... Ja. Ich würd jetzt trotzdem gern wissen, was da unten in der Tiefbar hat. Da ist nix. Da war nur ne Sprengfalle. Da ist ab und zu mal den Dings raus. Keine Betrohung gefunden. Oh, wo reden die immer so... Merkwür... Ja, das ist... Wir sind in New York. Das ist ein Schmelztiegel. Da sind... Also immer, äh... Alle, alle... Äh... Ja. Lauen zwei Leute. Los, du links, ich rechts. Äh... Ich links, du rechts. Gut. Na, wer hat denn da versagt, war ich das? Naja, komm. Außer Deckung kann jeder. So. Gut. Oh, da fällt jetzt ne Mission. Sollen wir die grad nehmen, die Grünen? Ich bin da zu unserer... Ach. Okay. Achso, wir haben ne Mission. Ich hab grad keine Aktiv, deswegen. Dann komm ich zu dir. Ich bin unterwegs. Ich eile, ich fliege. La 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 la. Oh. Zwei Betrohungen. Vorsicht. Äh... Ach, ja, ja. Das ist... Eko noch aktiv. Ja, das ist doof. Hilfe. Sehr schön. Rechts ich links? Äh, ich rechts, du links. Hey. Jetzt haben die Seiten getauscht, die Säue. Oh! 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 Ich bin hier festgepackt. Sie bleiben auf eigenes Risiko. Wir erreisen uns den Arsch auf. Ich hab's... Es ist ein Tod, also. Ich muss aus der... Weißen... Aus der Linie raus. Und dann ist auch diese... Dieses Ding weg. Was ist... Ich glaub, ich muss aber auch noch einsammeln, oder? Äh... Äh... Das ist ein Evakuierungsbefehl, Sir. Sie bleiben auf eigenes Risiko. Wir erreisen uns den Arsch auf. Und ihr haut einfach ab? Sir! Sie müssen gehen! Nehmen Sie die Hände weg! Oh! Keine Bedrohung gefunden. Hast du eine? Nö. Achso. Oh, Mensch. Ja, ja! Ah, du hast da was ausgewählt. Das sehe ich gerade. Das ist ziemlich in der Nähe. Aber es bedroht uns noch nicht. Alle Einheiten müssen wir bei Ihnen in der Arntanz um West herum. Meiden Sie den Bereich. Da oben. Oben auf dem Balkon. Scheiße. Hehehe. Das war eine krasse Nummer. Na ja, gut. Ah, erstmal Signal geben. Gut. Da oben. Oh, wow. Wow. Fuck, das ist ein Schuss für Deku.